Ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Part, Let's Play Death Stranding. Was haben wir beim letzten Mal gemacht? Ja, ihr seht es, gefühlt haben wir uns selbst umgebracht. Wir wollten hier nach Edge North City und die einzige Verbindung, die wir hier gefunden haben, dank dieser blöden Ivo-Deo-Forscherin, ist der Strand. Wir haben uns in den Strand reinbewegt, das heißt wir haben uns von einem GD hier aufsaugen gelassen und haben dann hier versucht über den Teersumpf hier zu kommen und haben es sogar geschafft. Emily war da, wir haben sie ganz kurz gesehen und doch dann sind wir gestorben, mal wieder, zur zweiten Marschung, das wäre ja auch mal abgesehen von meinen normalen Toten, aber sorry, sie sind zur zweiten Marschung gestorben und sind dann aber irgendwie glücklicherweise hier doch auf der anderen Seite der Teerpampe gelandet. Nun sind wir hier in einem Verteilerzentrum von Edge North City und unser Ziel ist natürlich, at Edge North City das Kiran-Netzwerk abzuschließen und Emily ein für alle Mal zu erreichen und hoffentlich nicht das Ende von allem herbeizuführen. Es ist richtig, es ist wie ein Gefühl, dass wir keine Hand haben getroffen sind. Hoffen Sie, hol das Werkzeug! Jetzt in der Hintermacht! Ja! Wir lassen es jetzt nicht mehr, Nein, wach auf! Hey, es wird nicht mehr! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Du bist nur noch Edge North City, dann musst du dich mit dem Cupid nicht mehr herumschlagen. Aber um den Auftrag endgültig abzuschließen, brauchst du einen Netzwerkaktivierungsschlüssel. Du bekommst ihn, wenn du den Auftrag offiziell annimmst. Das ist das letzte Glied in der Kette, Sam. Erledige das, dann sind wir fertig. Viel Glück. Da ist es, Sam. Edge North City, das letzte Teil des Puzzles. Um sie ins Netz zu integrieren, reicht dein Cupid allein allerdings nicht aus. Du musst auch einen Netzwerkaktivierungsschlüssel liefern. Aus Angst vor terroristischen Übergriffen haben wir ihn sicher verwahrt. Er liegt in diesem Verteilerzentrum und verstaubt. Bis heute. Hol ihn am Terminal ab und bring ihn nach Edge North City. Glücklicherweise scheinen die automatisierten Systeme im Verteilerzentrum noch zu funktionieren. Nach dem Einsatz des Schlüssels sollte automatisch eine Verbindung zum Hauptnetz hergestellt werden. Ein Wort der Warnung, Sam. Der Aktivierungsschlüssel ist einzigartig. Es ist vollkommen unmöglich, einfach einen neuen zu drucken. Er ist ein Unikat. Unersetzlich. Du darfst ihn unter gar keinen Umständen verlieren und auch nicht kaputt machen. Hast du verstanden? Wenn es je eine Lieferung gab, die ankommen muss, dann diese. Wir zählen alle auf dich. Ein ferngezündeter Granatwerfer. Er verschießt Explosivgeschosse, wie du vielleicht schon erraten hast. Man kann ihn je nach Bedarf mit einer Vielzahl unterschiedlicher Geschosse laden. Und ja, die Geschosse zündet man dann manuell aus der Ferne, nachdem man sie verschossen hat. Nehmen wir uns nochmal drum mit. Sieht doch ganz cool aus. Okay. Ich hatte schon die Hoffnung, dass ich mir ein Bike erstellen kann. Aber ich glaube, so einfach wird das nicht. Okay. Tun wir drauf und den an die Werkzeughalterung. Das nicht tägliche Sturmgewehr, wo man den privaten spinnt. Und im Endeffekt sind wir damit schon ausgerüstet. Blutbeutel haben wir wieder genügend. Den Granatwerfer haben wir. Warte mal, ich kann noch hier nicht... Kann ich da was an den Anzug befestigen? An die Werkzeughalterung. Ja, lassen wir das erstmal so, oder? Der Rest hat zwar ein bisschen Schaden genommen. Die Sauerstoffmaske brauche ich übrigens hier, glaube ich nicht. Die ist schon so gut wie kaputt. Ähm... Okay. Ein nicht-tödliches Sturmgewehr. Zwei. Das ist schon ein bisschen wenig, oder liebe Leute. Stellen wir uns noch ein bisschen was her. Sooo... Mein Bot, der funktioniert hier natürlich nicht. Bot! Ich dachte, du bist immer bei mir. Kann ich aber meine Seilrutschen eigentlich machen. Das ist natürlich einfach so ganz entspannt hin und her erworben. Okay. Krafthandschuhe tun wir uns erstmal herstellen. Die haben wir schon lange nicht mehr benutzt. Und... Bitte, Stiefeln. Da habe ich... Gar keine mehr. Oder ich glaube, eins habe ich noch. Warte mal. Einen stellen wir uns her. Das ist mir jetzt wurscht. Ähm... Blutbeutel. Stellen wir uns noch zwei her. Und... Ja, lassen wir das jetzt erstmal. Das wird schon lang. Ich meine, mein nicht-tödliches Sturmgewehr, die... Ich hoffe einfach mal, die lang. Am Rücken, am Rücken, in Stiefelkammer. Und... Handschuhe anziehen. Gut. Da sind wir soweit. So viel Gepäck haben wir jetzt gar nicht. 80 Kilo, das geht. Und dann starten wir mal. Wir sind... So mehr oder weniger kurz davor, hier zum Ende zu kommen. Oh, was ist denn das? Ach, das ist der normale Granatwetter. Ich würde auch noch mal schauen, wie das ist, mit dem zu ballern. Ich will ihn doch gar nicht abballern. Wenn ich meine, ich schieße so eh nur mit meinem eigenen Blut hier rum. Wer schon wieder die Brücke gebaut hat, hat... Coole Typ. Sehr coole Typ. Also erstmal da lang. Dann eine Milliarde GD ist, okay. Äh... Ja, da irgendwie durch. Dann müssen wir wahrscheinlich hier irgendwie Ding durch. Und... Nochmal da. Ein Leiter wäre nicht schlecht gewesen, vielleicht nur mitzunehmen. Also, Etchner City. Dort vorne sind das. Leben da jetzt noch Menschen? Eigentlich ja, oder? Es sieht nur so komplett verwesed aus. Geh mal ein bisschen hoch hier, komm. Will er nicht hoch? Komm, schau. Ja, gut. Das ist immerhin nicht viel. Naja, der Wille zählt. Dann, wie gesagt, die letzten Meter warten da vorne auf uns. Apropos, die letzten Meter. Äh, das ist mein Granatwerfer. Und... Was war das andere? Ferngezähnergranat. Okay, das kann ich schießen. Und dann nix wird jetzt. Ich glaube, der normale Granatwerfer ist der nicer. Aber sagen wir mal ganz ernsthaft. Also, das ist auch noch was gegen die großen GDs. Also, für normale GDs setze ich sowas sicher nicht ein. Ähm, es wäre jetzt nett, dass wir das mal da haben. Aber, wie gesagt, da müssen schon ein paar dickere Brocken kommen. Okay, also Leute. Es ist sehr viel Spannendes passiert. Äh, Higgs, wenn wir... Das ist nämlich das Problem. Wenn wir nämlich die Verbindung, ähm, an das Hirale... Also, Ashton City an das Hirale-Netzwerk anschließen. Dann bedeutet das, dass wir gleichzeitig auch dafür sorgen, dass Higgs weiß, wo Emily ist. Und das bedeutet natürlich Schlechtes. Wir drehen, wir drehen, wir drehen, wir drehen! Apropos Schlechtes. Ich glaube, wir haben einen guten GDs wieder hier am Hals. Also. Start-Modus aktivieren. Und schleichen. Okay. Im Endeffekt sieht es jetzt so aus, ähm... Wenn wir dorthin kommen, wird Higgs sofort wissen, wo Emily ist. Und wird ja wahrscheinlich auch so versuchen, so eine hässliche Maske aus Gesicht zu pressen. Ah, dass dieser... Puh 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 Ja, 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 ja. Ui, 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 verzeiht Leute, ich hoffe, ich denke daran, das rauszuschneiden. Äh, ich weiß noch, das war die blanke Giro, das war der Zeit, wenn der hier meine Lungen altert und dann wieder jünger macht, gerade wenn der halt mal wieder ein wenig alt. So, da lad, dann stören wir da einfach durch, wird schon schiefgehen. TCK hat man sich auch schon mitnehmen können, so ein Zeitbunker oder sowas. Weiß es, da marodieren meine schönen Waffen schon wieder da oben. Außer mein Bibi marodiert nicht. Wenn ich übrigens sagen darf, das Gewehr sieht hier verdammt geil aus Eine ganz blöde Frage, was sind denn das für Dinger, sind es die Dinger aus Half-Life, die sahen auch immer so ähnlich aus Und dann packen sie einen Rüssel und saugen einem das Gehirn aus, so oder so ähnlich Eternal City, ist ja hier echt eine komplette Ruine hier Weißt du was, ich will gar nicht wahrfinden, was das für Viecher sind, ich mach sie einfach kaputt, ist mir da wurscht Aber das sind hier schon verdammt viele Ich hab aber keine Ahnung, was die machen Jetzt hätte ich doch mal ein nicht tägliches Stummgewehr mitnehmen können, weil da sind doch noch einige von den Viechern Okay, ja, wir werden es wahrscheinlich herauffinden Zum Guten oder zum Schlechten Keine Ahnung, was diese ekligen Teile sind Aber ganz ernsthaft, D-Blut-Tropfen gebe ich gerne aus, um es nicht herauszufinden Es ist zumindest eindeutig auf mich zugekommen, das haben wir alle gesehen Keine Ahnung, was das für Viecher sind, aber sie sind eklig Ich hasse Sachen mit vielen Tentakeln Tentakel sind eklig, Leute Aus Mannschaftenters Dann ist es natürlich eine Freude für die Muss ich überhaupt dahin? Das ist meine nächste Frage Ganz seltsamer Abschnitt Kein einzelner GD Sondern nur diese Wunderproppen, diese jeglichen Alter, pack deine Waffe aus Der hat schon wieder eine halbe Stunde rumhantiert Bevor der da Was Sinnvolles macht Mein gutes Blut Das tut mich gut Ich brauch mehr Blutbeutel Yeah, yeah Aber wenn ich eins hab Also, ich hatte schon immer genügend Blutbeutel Weil wie gesagt, ihr seht ja ganz eindeutig, dass die auf mich zukommen Also, Blutbeutel ist schon leer Nice Oh, hier war eine Klettervorrichtung, ganz nice Aber noch besser, warte mal Erstmal auf ganz dumm Komm schon Ich hab nur Angst, weil der nach unten zeigt Wahrscheinlich lauf ich jetzt genau in einen von diesen Tropfen da Aber okay Im ersten Moment zeigen Ja, lass los So Ich glaube, der schaut aber jetzt echt nur die Viecher an Das wäre ja in Ordnung Oder? Er biebt, er biebt, er biebt immer weiter Mach mal ein Die, Leute Wir finden einfach gar nicht heraus, was das für Dinger sind Was die machen, was ihre Stärken und Schwächen sind Wir finden es einfach gar nicht heraus Weil wenn wir es nicht wissen Kann es uns doch nicht wehtun Alte Devise, hat bis jetzt immer gut geklappt So Soll ich mir jetzt hier ausruhen, oder? Mitten im GD-Gebiet So Dann Nein, keine Zeit hier Könnte maximal hinpinkeln So Okay Ich glaube, das war's Nicht Lassen die immer irgendwas Schönes da Ich meine, die könnten immer ein paar kirale Kristalle Da lassen Das ist übrigens ein geiler Leiter Schade, dass man nicht immer Likes geben kann Wenn man hier runter geht Würde ich viel mehr Likes Abgeben So, okay Nun außerhalb des kiralen Netzwerkes Aber ein letztes Mal Denn wenn wir dieses Abenteuer überstanden haben Haben wir es geschafft Doch Zu was führt das? Wenn wir jetzt Emily finden Und zwar die Tochter, die wir vom Präsidenten Strand haben Ist das natürlich im ersten Moment gut Gleichzeitig bedeutet das aber auch Dass Diese Entität da ist Die ganze Menschheit auslöschen kann Alter, viel zu viele von denen da oben Schau nicht da nach oben Das tut mich ablenken Das macht mich nervös Das macht mich richtig nervös Ich habe keine Ahnung ab Ob die nach unten kommen Nun gut Ähm Und sollte jetzt hier Sollten wir jetzt hier Emily finden Wie geht es dann weiter? Weil Äh Wir haben dann zwar diese kirale Verbindung Aber Higgs ist immer noch da Und so lange Higgs da ist Können wir uns sicher sein Dass das Abenteuer noch nicht vorbei ist Alter Der hat für meinen Geschmack ein bisschen zu viel ausgehalten Sonst sind wir den auch immer nach zwei Schüssen tot Mann, das ist zwei, oder? Keine Ahnung Egal Da stimme ich dir jetzt mal zu, Sammy-Boy Aber Wir haben es hoffentlich nicht mehr allzu weit Durchatmen Diese kleinen Krabbeler am Boden Die sind ja so hässlich, Mann Krüppelkinder oder was, Mann Tokowol Geile Ahnung Tokowol Sollen sie in meinem BB-Tank kommen, Mann Nie in Higgs Haben die Ich weiß immer noch nicht, ob der Higgs und so Ob die eigentlich auch BBs haben Haben wir auch bis jetzt Hat uns das noch niemand gesagt Scheint nicht wichtig zu sein Nun gut Bitte schauen nur nach hinten Lass mich jetzt da runterrutschen Ohne, dass es größer eine Probleme gibt Oh nein, diese tote Frotte Okay, das soll's gewesen sein Wieso schaust du schon wieder nach vorne? Kannst du Wieso hasst du mich eigentlich, BB? Jetzt werden die ganze Zeit Likes Dabei hasst du mich Kann ich die nicht einfach wegboxen? Die GDs Das ist eine ganz blöde Frage Ich seh hier nämlich gar nichts, Mann Oh gut Lassen wir uns einfach hier Von der Pampe hintreiben Aber egal Also wie gesagt So ganz Weiß ich jetzt immer noch nicht Wo das hier alles hinführt Und zu welchem Ende es kommt Besonders zu welchem Ende es kommt Da kann ich mir gerade noch gar nichts hier erklären Weil egal was wir machen Irgendwie führt jeder Weg Zu einem schlechten Ausgang Knüpfen wir das kirale Netzwerk Bedeutet das, dass Wir Amelie finden Gleichzeitig bedeutet das Das Hix sie findet Und die Zerstörung der Welt veranlasst Zum anderen Wenn wir es natürlich nicht machen Haben wir keine Chance gegen Hix Die Welt ist immer noch nicht vereint Die Frage ist natürlich Was Was will Beziehungsweise was tut Amelie Das ist das was mich eigentlich am meisten interessiert Dieser Satz mit Die Frau hat eine Maske Da interessiere ich mich noch sehr dafür Was das bedeutet Ich habe nämlich das Gefühl Unser Amelie ist irgendwie Gar nicht mehr so nett Wie wir immer Bis jetzt gedacht haben Weil irgendwas Irgendwas verbirgt sie vor uns Irgendwas wichtiges So Den kann ich wohlwollend ignorieren Den kann ich nicht wohlwollend ignorieren Deswegen machen wir nicht platt Oder So Das ist immer geil Dass die nicht merken Dass ihre Narbe schnell weg geht Oha 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 Lelelelele Das war gar nicht gut Bleibt es auch mal Zweite Künfte Länge Angezogen Ganz in Ordnung Komm Was haben wir da alles Komm Danke Und davon ist es schon Das Verteilerzentrum Bridges Bridges Bis hierhin hat es nicht mal die erste Expedition geschafft Nur Amelie ist hier eben Weil sie da mehr oder weniger gefangen gehalten wird Fünf Life und Lose Das ist mal eine Belohnung Würde ich mal sagen Also Leute Wir sind mit den BDs fertig geworden Und dort drin Machen wir Nun das Letzte Den letzten Kiralen Punkt Werden wir hier nun Ähm Ins Zentrum bringen Wir haben zwar theoretisch noch ein paar offene Flecken Aber das sind Irgendwelche Prepper Und was sind das Irgendwelche Kackprepper Hier geht es Nun Endlich hier zu einem Ziel Aber ich glaube Leute Das war es noch lange nicht Ich habe so das Gefühl Das Spiel dauert 100 Stunden Der Nötiger Aktivierungsschlüssel bestätigt. Verbindung mit Knotennetzwerk wird hergestellt. Wir haben es geschafft, Sam. Jetzt umspannt das virale Netzwerk den ganzen Kontinent. Unsere Nation ist wieder vereint. Wiedergeboren als United Cities of America. Auch wenn Terroristen oder andere uns jetzt angreifen und sogar einen Knoten zerstören können, überlebt das Netzwerk. Alles läuft jetzt über den Strand und der Strand wird uns zusammenhalten. Aber wir dürfen noch nicht ruhen. Einen Job musst du noch erledigen, Sam. Die neue Nation ist noch ohne Führung. Und nur eine Frau ist eine würdige Nachfolgerin, Bridget Strath. Eine Frau, die seit ihrer Geburt für dieses Vermächtnis bestätigt ist. Amelie. Sie ist da draußen. Und braucht deine Hilfe. Bring sie nach Hause, Sam. Und halte nach Higgs' Ausschau. So. Vielleicht hat er sie inzwischen schon aufgespürt. Jetzt, da Hedge North City verbunden ist, sollte sie zu deinem privaten Raum unterwegs sein. Also begib dich dorthin. Und warte. Deine Arbeit ist... Deine Arbeit ist... Deine Arbeit ist... Sam! Du bist zu mir gekommen. Ich wusste es. Sam, ich bin's. Amelie? Ich muss dir etwas sagen. Ich bin die Extintionsentität. Die chirale Dichte steigt schnell an. Kontakt steht bevor. Es wird empfohlen, sich kampfbereit zu machen. Wiederhole, Kontakt mit unbekannter Bedrohung steht direkt bevor. Leute, was ist hier los? Wir haben eine Besuche bekommen. Das kann im Endeffekt mehr heißen. Jetzt kommt ein Monster-Gini. Ich habe keine Ahnung, was jetzt auf uns zukommt. Aber ich weiß, dass ich jetzt erstmal einen Franchise-Sprung mache. Wieder sein Baby. Das ist echt der coole Move. Und dann würde ich sagen, Leute, beim nächsten Mal. Was auch immer passiert. Es wird etwas Großes passieren. Bis dahin machen wir jetzt nochmal einen kleinen Cut. Und dann schauen wir, was uns Hicks hier entgegen stellt. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.